Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, sind wir im Heidepark. Die Halloween-Saison hat Einzug gehalten und ist im vollen Gange. Und wir schauen uns einfach mal an, was es hier so Schönes zu entdecken gibt und ob wir noch mehr in Halloween-Stimmung kommen können. Am besten ist ja immer im dunklen Achterbahn fahren. Heute hat der Park bis 18 Uhr geöffnet. Ich denke mal, so richtig im Dunkeln werden wir nicht mehr schaffen. Aber was soll's, wir machen uns einen schönen Tag, die Sonne lacht und was wollen wir mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wie jeder Besuch im Heidepark versuchen wir erst mal mit Flug der Dämonen zu starten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir wünsche euch einen schönen Tag. Er office ich mistfelt. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 In der letzten Halloween-Saison hat die Hexe die Laterne getroffen. Wo ist sie dies Jahr? Da im Baum. Ja, don't drink and fly, ne? Merkt euch das. Für die Kleinen gibt es dieses Jahr auch wieder den Zauberwald als Maze. Oh, hier ist ja sogar schon Licht an. Und das am helligsten Nachmittag. Im Gegensatz zum Hansapark. Ja, schade, dass der Hansapark immer seine Lichter-Show erst so spät eröffnet und anmacht. Dass man eigentlich nur noch eine Stunde Zeit hat, wenn es hochkommt. Ja, ich finde Lichter sehen auch im hellen schon sehr geil aus. Das ist richtig auffällig. Bisschen Äfteling-Style. Gefällt mir. Bisschen Äfteling-Style. Oh, der Marshmallow-Mann ist gar nicht aufgepustet. Wie schade. Bisschen Äfteling-Style. Bisschen Äfteling-Style. Musik So, ihr Lieben, unser letzter Tag 2021 im Heidepark geht zu Ende. Wir hatten diese Saison sehr, sehr, sehr viel Spaß und genügend Adrenalin abholen dürfen und heute am letzten Tag noch ein wunderbares Wetter inklusive. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Eindrücke von der Halloween-Saison mitbringen können. Euch hat das Video gefallen. Wenn, dann lasst doch gerne ein Abo da, bleibt gesund, habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in einem nächsten Video. Macht's gut und bis bald! Eine der besten Attraktionen in fast jedem Park ist es ja, den Parkplatz wieder zu finden. Aber, ja, ich sehe unser Auto. Alles gut!